Willkommen bei Arthurs Outdoor Küche, Hexenküche und zwar folgendermaßen, ich hatte in einem Video mal diesen 1 Euro Kochtopf oder man bekommt den bei, bei TD steht drauf 1 Euro für eine Edelstahlschüssel 16 cm, 1 Euro. Ich hätte gesagt, den werde ich demnächst mal testen, das mache ich jetzt heute. Ich versuche mal hier das Etikett abzumachen, ansonsten muss ich es verbrennen. Zum zweiten hatte ich in einem anderen Video mal mein Outdoor Besteck gezeigt und da war mir im Wald vorher von meinem US Besteck, also was die amerikanische Armee benutzt, da waren mir zwei Teile abhandengekommen, und zwar die Gabel und das Messer. Den Löffel hatte ich noch und jetzt war ich heute mal ganz kurz im Wald und habe es wieder da gefunden, wo ich es vermutet habe. Also von daher werde ich dann ein halber damit kochen. Dann des Weiteren, weil ich hier mit meinen Trangia Brenner ein oder vielmehr ist es ja kein Trangia, es ist ja von SBIT, falls man das sehen kann. Nummer 4 wäre dann dieses Reisgericht, was ich bei Lidl entdeckt habe, für 79 Cent, und ich denke für unterwegs. Es sind zwei Portionen, Ernährungsnavigation, das wären ca. 500 Portionen, pro Portion 264 Kalorien. Das heißt, pro Person, daraus ergibt sich ja zwei Mahlzeiten, pro Person 264 Kalorien für 79 Cent geschenkt. Dann wollen wir anfangen und jetzt kommt noch etwas dazu. Nämlich diese Brennpaste, die habe ich bei Globetrotter gekauft, die kenne ich noch nicht. Und nach Anleitung von dem Brenner sollte man den nur zwei Drittel befüllen. Und als allererstes versuche ich, meinen Mini-Zündstall hingang zu bringen. Schauen wir mal. Hier läuft, man kann es aber kaum sehen. Jetzt muss man den wohl ein bisschen brennen lassen. Ich guck mal. Also. Also ich habe jetzt nur mal das Glas angemacht. Das funktioniert. Man kann es wirklich kaum sehen, dass der brennt. Und man spritzt die Hitze doch sehr deutlich. So, dann schiebe ich mal ein bisschen auf Seite. Jetzt kommt das, wo ich immer wieder sage, das ist so mein Buschkraft-Küchenmesser. Dann habe ich aus dem Lidl von Dulano die Cabanossis Gold mit Truthahn und Schwein. Da mache ich nicht allzu viel von. Und dieses Schneidebrett von Ikea hatte ich auch schon mal vorgestellt. Was ich durchaus auch als Sitzunterlage oder auch als Unterlage zum Knien benutze. Jetzt hole ich eine Cabanossi raus. Schneide die aber nicht ganz auf oder ganz klein. Denn sonst wird der Topf ein bisschen zu klein dafür. Jetzt gehen wir mal auf Seite. Man kann aber auch hingehen. Man muss kleinmäßig sich eine Scheibe abschneiden und putzen. So, jetzt bringe ich das hier nach Leite. Und den Brenner. Ein bisschen drauf. Ich hoffe, man kann das hören. Es fängt sofort an zu knistern. So, jetzt kommt Drangia und ähnliche Hersteller haben diesen Griff für eine Pfanne. Und der funktioniert auch wunderbar. Auf diesem 1 Euro Griff. Wie man sehen kann. So, werde ich jetzt mal ein bisschen rumrühren. Es ist ganz schön windig. Also, so im Prinzip, obwohl ich das auf dem Balkon mache. Ganz normale Outdoor-Bedingungen. Ich finde, das ist schon mal mal so, wie es macht das so gut. Oh Gott. Ich werde das Feuer mal ein bisschen schützen. Ich werde noch ein bisschen was von dem Fett rausholen. Das kann man schon wunderbar am Boden sehen, wie sich das absetzt. Das war alles ausgegangen, unglaublich. Jetzt gebe ich nach der Rezeptur 350 Milliliter Wasser hinzu. Das passt genau in den Topf rein. Öffne den Beutel und es steht hier drauf. 350 Milliliter kaltes Wasser hinzu geben und unter Rühren aufkochen. Zwei Minuten leicht kochen lassen. Anschließend vom Herd nehmen und drei Minuten zugedeckt ziehen lassen. Wie man sehen kann, der Topf ist fast voll, aber nur fast. Der Topf ist fast voll. Der Topf ist fast voll. Der Topf ist fast voll. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 The Bottle und der Cup und diesem Packstove Hier funktioniert auf dem Brenner Das war's. Riecht für mich schlecht. Mann, 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 das bläst aber auch hier nicht so. Und ist schon wieder aus. Das ist unglaublich. Wie soll man denn da auch damit kochen? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. ... ... könnte natürlich sein, dass diese Brennpaste scheiße ist. Das weiß ich nicht genau. Und schon wieder aus. Unfassbar. Und das von so ein bisschen Wind auf dem Balkon. Nicht schlecht. Oder nicht gut, für mich. Ja. Schon wieder aus. So, gucken ob überhaupt noch genug Brennpaste drin ist. Ja, scheint doch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe Hunger! 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 Das ist ganz schön. Sehr lecker, sehr lecker. Wow. So, für 79 Cent. Die Cabanossi könnte man auf, glaube ich, 5 Tüten strecken. Da legen wir bei ca. 1 Euro pro Tüte. 50 Cent pro Mahlzeit pro Person. Perfekt. Und so für Outdoor braucht man eigentlich nur Wasser zufügen. Das gibt es überall. Unabgekocht wird es eben. Also. Und solch, greift zu. Lasst es euch schmecken. So wie ich mir jetzt auch. Weil ich habe nämlich erst seit ca. 1 Stunde Feierabend. Den werde ich jetzt genießen. Bis dann, bis die Tage. Danke fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare werden gerne gesehen. Schönen Tag noch. Tschüss. Schönen Tag noch mal Hybrid. Schönen Tag noch besser. Schönen Tag noch weiter in Schönen Tag noch mal Pilot При茋 가� but gelegreen. Schönen Tag noch etwas gesch Vorsche. Auf geht's loszuerc thành. Hey, ihr seid ja immer noch da. Wollt ihr was davon haben? Ich bin aufgeschissen, da sei ich alleine. Kauft euch selbst, macht's euch selbst. Bis dann, tschüss. 2. 1... 5.